Hallo zusammen, Thomas hier. Vor knapp zwei Jahren hat Adobe mit der Version Lightroom 8.4 erstmals die Unterstützung oder die dezidierte Unterstützung auch der Grafikkarte eingeführt. Insbesondere angeblich die des Grafikprozessors, womit man Adobe Lightroom Classic, es geht heute nur um Lightroom Classic, deutlich schneller gemacht haben wollte. So ist es grammatikalisch, glaube ich, aus heutiger Sicht unverändert oder aus damaliger Sicht zumindest richtig. Schreibt Lightroom sehr schnell den Grafikkartenspeicher voll, gibt ihn, und das ist das Entscheidende, auch für andere Prozesse nicht wieder frei, denn jetzt läuft ungefähr seit 10, 15 Minuten läuft Lightroom, ohne dass ich irgendwas getan habe und der Grafikkartenspeicher bleibt komplett von Lightroom belegt, komplett voll. Und ob sich jetzt nach knapp zwei Jahren von Lightroom 8.4 auf die aktuelle Version Lightroom 10.3 Wesentliches, Grundlegendes zum Besseren geändert hat, das gucken wir uns jetzt an. Und da noch der Hinweis, es geht nur um Lightroom Classic auf Windows, ganz einfach, weil ich das damals auch nur für Windows vergleichen konnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Mac-Rechner. Ich habe zwar inzwischen auch einen MacBook Pro, aber der Vergleich bleibt jetzt mal unter Windows. Und ich habe auch den Eindruck, dass unter dem Mac die Speicherverwaltung deutlich besser funktioniert. Aber gucken wir uns einfach mal das Ganze unter Windows in der aktuellen Version an. Bevor wir uns mit den Testergebnissen auf meinem Windows-PC beschäftigen, schauen wir natürlich erst mal auf die Hardware-Konfiguration. Die ist genau die gleiche oder dieselbe sogar in dem Fall wie vor knapp zwei Jahren. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt eine etwas neuere Windows Pro-Version habe. Windows 10 Pro-Version habe. Das sollte aber letztendlich keinen großen Unterschied machen. Und der Vollständigkeit halber natürlich, wird denn meine Grafikkarte überhaupt unterstützt? Bei dem, was wir da jetzt tun, wird sie, auch hier ist es unverändert wie vor knapp zwei Jahren, eine Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, die vollständig automatisch die volle Beschleunigung erhält. Das heißt, Lightroom Classic kann meine Grafikkarte nach eigener in Anführungsstrichen Aussage vollständig für das nutzen, für das sie genutzt werden können soll. Und was ist das, was die Grafikkarte unter Lightroom unterstützen, nutzen können soll? Das steht in der FAQ von Adobe, die auch regelmäßig aktualisiert wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, was in der alten stand. Fakt ist auf jeden Fall, dass Adobe selber schreibt, dass der Grafikprozessor, ganz wichtig, hier steht Grafikprozessor, also die Grafik-CPU, hier steht nichts von Grafikspeicher, hier steht Grafikprozessor, dass der um die Anzeige und Anpassung von Bildern im Entwicklungsmodul, in der Rasteransicht des Bibliotheksmoduls, in der Lupenansicht und im Filmstreifen zu beschleunigen. Also im Wesentlichen die Anzeige und Anpassung von Bildern im Entwicklungsmodul. Das heißt, da sollte Lightroom stark von der GPU unterstützt werden, werden können. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und was wir jetzt in dieser Grafik sehen und auch in den folgenden, wir sehen hier, in diesem Bereich sehen wir die Auslastung des Grafikprozessors, also des Prozessors meiner Grafikkarte. Und in der mittleren Zeile sehen wir die Auslastung des Grafikspeichers. Und ich werde jetzt nicht immer auf die Grafik-CPU da oben eingehen, guckt aber selber immer auch mal parallel zu dem, was ich euch zeige, guckt auch immer mal da drauf. Ich nehme es gerne schon mal vorweg, da passiert in den meisten Fällen nicht allzu viel. Das, was uns also Adobe verspricht, wird nicht unbedingt, zumindest nicht in dem Maße, eingehalten oder erfüllt nicht die Erwartungen, die ich jetzt an Adobe Lightroom in der aktuellen Version hätte. Was wir hier sehen können, hier unten sind wir bei einer Speicherauslastung von etwa 480 MB. Ich habe so ziemlich alle Prozesse abgeschaltet, die nicht zwingend notwendig waren. Auf jeden Fall ist das so unsere Basis. Und dann habe ich die Lightroom gestartet. Dann sehen wir, dann geht das Ganze hoch und pendelt sich dann auf 1,9 GB. Das ist dieser Peak, auf 1,7 GB ein. Also dann ist Lightroom geöffnet und zunächst einmal im Leerlauf. Interessant ist, wenn man Lightroom öffnet, anschließend wieder schließt und gleich ein zweites Mal öffnet, dann ist die Auslastung des Grafikspeichers deutlich geringer. Zumindest zunächst in der Grundlast. Das können wir hier sehen. Ich habe das hier einblenden lassen. Dann haben wir keine 1,7 GB, sondern nicht mal die Hälfte. Ganz grob sind das erstmal 140 MB mehr als die Grundlast, die wir gerade gesehen haben. Das bleibt natürlich nicht so. Sobald wir erste Dateien zum Bearbeiten öffnen, passiert eine ganze Menge. Zum einen sehen wir, dass im Zuge des Öffnens einer Datei auch der Grafikprozessor stärker eingreift. Ich gebe dann aber gleich ganz schnell wieder runter. Ich habe in dem Fall, habe ich geöffnet, eine Fuji X-Raw Datei von meiner X-E4 mit 26 Megapixeln. Und dann habe ich erstmal im Moment nichts gemacht. Und dann habe ich angefangen mit der Datei ein paar einfache Bearbeitungsschritte zu machen. Ich habe die chromatische Aberration ein- und ausgeschaltet, die Vegetierungskorrektur. Ich habe ein bisschen in der Grundeinstellung, habe ich ein bisschen gemacht, ich habe ein bisschen geschärft. Und dann geht die ganze Speicherauslastung, wir können das hier an der Zahl sehen, von ursprünglich 600 MB auf 5,7 GB hoch. Dann habe ich wieder eine kleine Pause eingelegt. Das sehen wir hier, dann passiert gar nichts. In der Zwischenzeit hat auch der Grafikprozessor dann mal wieder ein bisschen was gemacht. Und dann haben wir hier eine relativ ruhige Phase, wo ich nichts gemacht habe. Und dann habe ich eine zweite, natürlich eine andere, habe die ursprünglich hier zugemacht, habe ich eine zweite Fuji X-RAW-Datei geöffnet, ebenfalls von der X-E4 mit 26 Megapixeln. Dann hat sich auch beim Bearbeiten nicht grundlegend was getan. Offensichtlich ist dann der belegte Grafikspeicher erstmal ausreichend, um das, was immer Leitung da auch reinlegen will oder reinlegen muss, reinzulegen. Hat also offensichtlich genug Speicher schon geblockt, um auch dann die Bearbeitung anderer Dateien dann damit abzudecken. Ich habe dann weitere Dateien geöffnet, weitere zwei Dateien im Zuge dessen. Und das ist jetzt dann letztendlich hier die Speicherauslastung bei der vierten Datei. Die anderen haben sich jeweils wieder geschlossen, eine weitere, eine vierte Datei aufgemacht. Das ist in dem Fall eine Datei einer Nikon Z7. Ich habe aber bei den ganzen Tests festgestellt, dass die Speicherauslastung der Grafikkarte nicht groß unterscheidet zwischen der Größe der RAW-Datei. Zumindest bei den Tests, die ich gemacht habe, hat das keinen großen Unterschied gemacht. Und dann gab es noch ein interessantes Phänomen. Während der Bearbeitung bzw. beim Wechsel von einer RAW-Datei, wenn ich die geschlossen hatte, zur nächsten RAW-Datei, gab es plötzlich einen kompletten Einbruch in der Speicherauslastung. Offensichtlich gibt Lightroom zwischendurch auch wieder Speicher frei. Der allerdings dann mit der nächsten Datei, die ich hier geöffnet habe, gleich wieder in dem gleichen Maße belegt wird wie vorher. Das ist jetzt die Fortsetzung der Grafik, die wir gerade gesehen haben. Also hier bin ich noch bei meiner vierten Datei. Und auch hier ist dann irgendwann unvermittelt nach dem Schließen und erneuten Öffnen irgendwann mal wieder der Speicher runtergegangen. Und dann hat dann Lightroom wieder temporär kurzzeitig mal Speicher freigegeben. Aber wir sehen auch hier, hier habe ich mit der Datei gearbeitet und hier habe ich mit der Datei gearbeitet, dass letztendlich bei dem, was ich im Entwicklernmodul gemacht habe, was uns ja Lightroom verspricht, was den Grafikprozessor angeht, sehr wenig passiert. Aber ganz im Gegensatz dazu nutzt Lightroom Classic immer noch sehr stark den Grafikspeicher und auch sehr viel davon. Die Ergebnisse lassen sich relativ einfach und schnell zusammenfassen. Punkt 1. Die Speicherverwaltung oder sagen wir besser der Umgang von Lightroom mit dem verfügbaren Grafikspeicher hat sich grundlegend etwas verbessert. Ob das sehr viel besser ist, ob das richtig gut ist, das überlasse ich euch. Und das Zweite, was wir gesehen haben, da finde ich, sollte Adobe unbedingt weitergehend nachbessern, ist, dass neben den wenigen Funktionen, die in der Adobe Help FAQ stehen, dass da noch eine ganze Reihe Funktionen mehr dazu kommen. Denn der Grafikprozessor, der liegt unverändert unter Lightroom nahezu brach. Und das ist eigentlich bekannt, dass gerade der Grafikprozessor der schnellere Prozessor ist. Und mir ist es unverändert nicht verständlich, warum sich Adobe insbesondere im Hinblick auf Lightroom Classic da einfach nicht drum kümmert. Also Adobe, macht mal was. Ihr könnt Lightroom noch viel, viel schneller machen. Und das ist ein bisschen mehr, viel schneller.